hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi wir mal in der heule gegen sowas schon wieder dieselben mit dem letzten spiel die haben wir gewonnen die aber platt gemacht ja ob mich jetzt widerschaften ist die frage ja das problem ist halt wieder sind wieder getrennt hier das sind echt absolute all in der absolut käse map muss ich auf jeden fall scourten gehen ja strike f hat er schon pool? Nö jetzt baut er pool ist genau dasselbe was der spielt dann brauche ich die doppelgate uuu wir haben einen Zeit gehen wir auch noch ich bin auf dem steck dich ich nehme erstmal gas ich bin da mal kurz weg im gas apropos gas eure sonden werden angegriffen komm nieder zeigt ihn an schnell uuuu hu 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 schilde laden noch nicht oh er zieht alle er zieht alle ich bin tot ich lebe noch er hat aber alle gezogen ich habe einen erwischt ich bin auch tot ne ja doch vielleicht können wir adapten vielleicht müssen die linge kommen bei mir vielleicht müssen die linge kommen bei mir vielleicht müssen die linge kommen bei mir von mir kommt die linge warum habe ich hier nicht genug gas das passt halt irgendwie nicht loslassen zum terraner nochmal gucken weil der wird noch nicht so viel haben denk mal zu wenig gas diesmal werden auch balinger kommen vielleicht bei den gegnern der support kommt ach scheiße warum repariert er nicht das habe ich auch gerade gefragt die linge von hinten ach ich mach die echo weg so lange ich mach die echo weg so lange ist mal mein speed durch jetzt schade ich habe aber fast die echo gekillt von ihm schade ich habe aber fast die echo gekillt von ihm es kommen viele linge ach se ja ja auf jeden fall ich komme zu viele linge das sind höchste viele linge auch von meinen adapten lust drauf schade der hat hier eine base oder sowas der hat hier eine base oder sowas ich brauche deine nevi also ich habe sie noch tun das ist nichts mehr achso ich habe sie gekillt das ist jetzt ich habe nicht mehr viele ich habe nicht mehr viele und alle bei der gold unter müssen wir kurz noch warten da kommen schon wieder linge da kommen schon wieder linge ich muss die noch mal gucken ob der irgendwo geext hat wenn der jetzt die gold voll saturiert hat ja die gold ist voll saturiert dann wird es schwierig für uns dann müssen wir die gold weg machen Brauchst du Gas? Ich kann nur Gas geben ohne Ende. Nee, ich brauch Truppenproduktion. Ich bin jetzt One Base. Ja, wir ziehen uns jetzt komplett durch bis zum Tod. Ach komm, jetzt abbilden wir uns noch durch, dann klären wir nochmal an. Halt mal den Zeck an. Go! Und jetzt auf den Zeck, dann. Na, das war's doch schon. Hier, die Gold killen. Du wirst oben irgendwie angegriffen. Ja, ich seh's. Wenn er das aber weiter so macht. Ich spür eine Echo für eine Echo, so muss das sein. Ich spür eine Echo. Eure Sonden werden angegriffen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Und 600 Gas, wenn du Gas brauchst. Eure Verbündeten. Ne, erstmal nicht. Oh ja, da hinten noch ne Echse der Zeck. Hm. Oder will grad Echsen? Mineralienfeld erschöpft Will grad Echsen, ne, das geht nicht so Kommst du? Ich komme Hab halt nicht viel Flieger Das wird mir nicht reichen, was er da hat Wollt er zu mir Troppen kommen? Hat er sich doch wieder anders überlegt? Der Rano ist nicht so geil Oh, jetzt hat er Tanks aber Tanks und Gelb oder raus 700 Gas im Angebot, wenn du brauchst 700 Gas? Ne, brauch ich noch nicht Ich brauch eine Echse, ja Aber es ist eh schon durch, das Spiel Okay Keine Boom So, ich geh wieder zurück. Mage ist raus. Alle beide sind raus. Ja. Wollt grad nochmal bei ihm reintrumpfen. Mensch, du läuft jetzt bei mir. Warum läuft's? Bei mir steht's auch. Ist grad Blizzard abgeschmiert. Jetzt geht's. Ja. Ja, da gab's nochmal bloß 31 MMR. Ja. Die waren auch nicht so gut, also ohne Scheiß. Nee. Dia 2, ne, Platin-Spieler, der eine der Mage war. Platin-Spieler. Ja, Zerg war aber besser für mich. Das war nur Zerg. Der Zerg war auch, äh, Dia, als Dia war. Okay. Na, Dia. Und auch schon mal Meister einmal erreicht. Alle schaffen's einmal, nur wir nicht. Richtig. Na gut, dann sehen wir uns in der Endcard. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö. Und das sind wir auch schon wieder in der Abspannung. Wir hoffen, ihr habt euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr euch noch morgen wieder bei uns einschaltet. Wer nicht verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts wieder ein anderes Bike von uns und unten rechts ein StarCraft Projekt. Dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi. Euer MoDiPiMando. 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 Vielen Dank.